Claudia Obert legt eine überraschende Beichte ab. Sie verrät, was hinter ihrem Zittern steckt und spricht ganz offen über ihre Erkrankung. Hamburg, Geld, Männer und vor allem viel Champagner, Claudia Obert, 62, hat noch nie verborgen, dass sie gerne zum Glas greift. Die Feenspekulation war daher groß, dass die Promi-Dame gelegentlich einen über den Durst trinkt und vielleicht sogar süchtig ist. Nun bricht sie ihr Schweigen und spricht über ihre Krankheit, bei der auch Tabletten eine große Rolle spielen. Keinen Alkohol getrunken, Claudia Obert wurde schon häufiger als Alkohol-Kerin bezeichnet. Immer einen flotten Spruch auf den Lippen und meist ein Sektglas in der Hand, das ist Claudia Obert, wie sie die Welt kennt. Und auch Streit ist bei ihr keine Seltenheit, so legte sich die 62-Jährige im Sommerhaus der Stars, 2023, mit Edith Stehfest, 29, Justine Dippel, 36, und Bia Tillmann, 38, an. Damals vermutete die 29-Jährige im Interview, dass Claudias Verhalten auf den Alkoholentzug zurückzuführen sei, Sie hat seit zwölf Stunden keinen Alkohol mehr getrunken, jetzt muss sie austeilen. Sie zittert schon, so stehfest. Und auch die Fans waren schockiert von Claudia Oberts Alkoholkonsum. Die 62-Jährige betonte immer wieder, dass sie keine Alkoholikerin sei. Und auch in Interviews zeigt sich Claudia Obert von ihrer offenherzigen Seite, so auch im Gespräch mit David Modiarat, 53, in dem RTL-Format Ein Promi, Ein Joker. Der Moderator entlockte der Reality-Bekanntheit im Gespräch nicht nur das eine oder andere private Detail, sondern sprach mit ihr auch über Oberts Erkrankung. Alkohol oder Erkrankung? Das steckt hinter Claudia Oberts zittern. Er bemerkt nämlich, dass die 62-Jährige während des gesamten Gesprächs zitterte und fragte prompt nach dem Grund. Daraufhin begann sie zu erzählen, oft denken ja die Leute, ich wäre ständig besoffen und normalerweise rede ich über meine Krankheiten mit meinen Ärzten. Ich nehme ein gewisses Medikament, was die Nebenwirkung hat, dass man zittert. Weiter fuhr sie fort, dieses Zittern ist nicht vom Alkohol. Bleibt zu hoffen, dass es Claudia Obert bald besser geht und diese Nebenwirkung verschwindet. Apropos ehrliche Geständnisse, nun äußerte sich Claudia Obert über ihre Beziehung, sie teilt ihren Freund mit anderen Frauen.